Das Highlight war für mich wirklich persönlich Norm Lange. Ich fand dich immer gut. Der König von Mallorca muss überleben. Zum Willkampfer ist sofort dabei. Ich war jung, brauchte das Geld. Der Shitstorm war natürlich absolut heftig. Oh my God. Joe Collin. Meinst du, es fällt auf? Ja, ihr looking good. So, jetzt haben wir mal kurz Zeit zum Luftholen. Wir sind gerade auf dem Siedepunkt der Veranstaltung. Neben mir habe ich den Veranstalter, Jörg Dusser. Jörg, wie ist der Abend? Voll geil gelaufen. Also es war ein toller Abend und läuft ja eigentlich noch in vollen Zügen. Und die Stimmung war einfach genial. Ist es dir ein persönliches Anliegen, dass du dich für Charities einsetzt? Ja, speziell für diese. Ich meine, ich selber bin ein Künstler, der auftritt, ob es ein Tierheim ist oder für Kinderkrebshilfe. Aber gerade für die Aids-Hilfe denke ich einfach mal, ist es mir ein besonderes Anliegen, das hier durchzuführen. Und vor allem in einer Stadt, wo man es eigentlich nicht für normal hält, in Kastro-Brauxel, so eine Riesengala auf die Beine zu stellen. Was war das Highlight deines Abends, außer das bärtige It-Girl, Jan Hendrik? Das war ein Highlight. Das war ein Highlight. Auf jeden Fall. Und ich denke mal, das war ganz toll, dass da so die Ansage von euch kam, vom Prinz und eben halt von seinen It-Freaks. Und das Highlight war für mich wirklich persönlich Norm Langen, also der heute für Kim Gloss eingesprungen ist. Und das war schon richtig mega geil. Das ist schon eine geile Sau. Hat er recht. Gibt es nächstes Jahr wieder so eine tolle Party mit so einer geilen Sau? Mal gucken, wie die geile Sau heißen wird. Aber am 23. November werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr 2013 die 14. Aids-Gala starten. Wenn David Beckham kommt, komme ich aber auch. Na gut, ich meine, ich habe schon ein ernstes Gespräch mit Mark Medlock gehabt. Und wir haben da so einige andere Dinge noch. David Beckham, singt der jetzt oder was? Ist egal, der muss doch gut aussehen. Okay, okay. Also es wäre natürlich mal interessant, auch ein Fußballspieler. Vielleicht können wir einen von Dortmund oder von Schalke. Ist ja in der näheren Umgebung. Dann müssen wir den It-Girl aber fesseln, dann sprengt es auf die Bühne. Oh, okay. Okay, na gut, dann kann der Affe die zähmen. Der macht das. Dann sehen wir uns wahrscheinlich nächstes Jahr. Ich würde mich freuen, auf jeden Fall. Sehr gerne. Ich mich auch, danke. Okay, danke. Hi, hier ist euer Schlageronkel Norm Lang und ihr seht mich beim Partyprinz. Viel Spaß. Ich bin ein Star. Holt ihn da raus. Tschüss. Tschüss.